ZIGURAT ZIGURAT Müssen wir haben ZIGURAT Lichtzig jetzt Ich hab die Schnauze kriegen, ja Ich will Bottom Base sein oder Second Bottom oder so Ne, Second Bottom, ich will Bottom sein Second Bottom ist halt die schlechteste Base von der Haie, glaube ich Ne, ich dachte nur generell, ich will Hängebase sein Aber nein, ich bin top, das ist ein Problem Bei beiden Bates bist du ja wenigstens noch safe So, vor den ganzen Schüssen, weißt du Ja, ich hab einfach dann Die Extra-Eco, die ist mir meist irgendwie zu viel Bei der Second Bottom ist halt S Und du bist nur, also von der Position her Und du bist nur eingetroffen Also ist meine Meinung Meine Meinung Das ist schlechteste Base von allen Was machen wir denn? Ich Keine Ahnung Wir gucken, dass ich irgendwie Cannons baue Ich bin unter dir Ja Oh, hier werden sogar back to 1 gegangen Shit Egal Protect your base noch ein bisschen mit meinem Waffenfluss Ja, hab ich nichts gegen, ne? Ich hab dich Lass mich, Bruder Ah, baby Vielleicht ein bisschen later Wegen der Black Turbans Weirder Stability oder kommt da irgendwie ein Howie hin oder so? Hast du das versteht? Raffst du das? Einmal kurz warten Warte Wer ist der Second Bot? Second Top von denen Äh, oder Top, ne Top von denen, Top von denen, mein ich Baut der ein komisches Howie Setup oder was ist das? Ne, 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 da kann nichts hin Der Kern ist ja da Ja, stimmt Aber, was macht denn der? Sieht aus wie ein Stability Tag Irgendwie, keine Ahnung Oh Laser oder so? Ne Was ist das? Rocked Rockets? Der passt da vorne irgendwas rein Place mal Place mal schon mal einen Safety Gunner At least Ich will nicht komplett da drum herum stehen Ja Die sind Phantom, kann das sein? Ich hab keine Upgrade zu uns Aber der eine, aber Top hat ne Upgrade Basis Die sieht man hinten Sieht auf jeden Fall kurz Stability ein Nicht, dass die dich einmal was wegreißen Und dann ist sie tot Schießt du da rein in die Slots? Bitte? Schießt du da rein in die Slots? Mit dem Sniper? Ne, ich hab keinen Sniper grad Wer ist denn das? Achso, unter mir Schießt Ich weiß nicht, was der der baut Das sieht komisch aus Da kommen jetzt Türen rein Ja, ich hab Oh, und Jux sind auch noch hinten drauf So, gleich Als nächstes direkt die Pink Attack Jetzt kommt die Upgrades Ich glaub, der macht den Single Person Ucrush quasi Der geht quasi alleine dafür Also der macht sich sein Cover auch selbst Macht es sich einfach selbst Wobei ich Die gerne nochmal abreißen Das ist richtig Quatsch Das ist richtig Das ist richtig Das ist richtig Das ist richtig Der braucht richtigen weird shit irgendwie, weiß ich auch nicht Wirds hinterher oder? Ja Auf top oder was? Jaja Immer top zuerst weg Ja Der paintet mich Ach scheiße, ich hab vergessen, Gunner nachzuplösen Das ist so anlucky Oh, die gehen vollkommen, ja Ach scheiße, Alter Vergesst dich zu ballern, Digga Bin auch im Reload Da kannst du halt, da kannst du halt Flux reinmachen oder Shotguns da rein, da in die Base generell Was denn? Ich dachte du kannst halt Flux da rein placen in die Basis Boah, schön, ey Boah, Toxtick, Junge Ist jetzt nur ein dritter gehabt, dann wär der gewesen Boah, der Mann, wie gesagt, drück mal T und bau dir mal einen schönen Anti-Air da unten rein, Junge Ja, ich komm jetzt Du machst halt jetzt, mach unten auf die Minenebene so eine Vordergrundholzebene Und dann baust du da die Flux rein, wo jetzt, auf der Ebene, wo jetzt das Windrad dreht Ja Pläst du da einfach rein, genau Ja, okay, jetzt vielleicht so close Vielleicht ein bisschen fragwürdig, oder? Der, der, der paint it Baller mal rein mit den Cannons, genau Ja Bisschen höre ich andere jetzt Keine Energy mehr, Scheiße What? Junge Du musst ballern, du hast wieder Energy Ah ne, du pläst Windradien im Moment Der holt deine Garn daraus Ja Ähm Auch ein Sniper Du musst ein paar Vordergrundbalkenback machen, bei den Flux unten, sonst können die nicht schießen Hm? Ich hab keinen Energy, Alter Noch mehr, jetzt machst du den, der paint it dich Mach das, du musst das, ja geil Schieß auf jeden Fall die Cannons, jünger, die Nice Und vergiss nicht Und vergiss nicht, oh, schön Und vergiss nicht noch was zu adden An Cannons Ja Mach den Sniper um weg, genau Ja Das vordere Ding muss halt auch weg, da vorne eigentlich noch, ja Die müssen die ja paint, äh, schießen können, wenn die aus dem, wenn die über seine Basis drüber fliegen Was hast du gesagt? Der paint it dich Ja Sag, eigentlich müssten die ja schießen können, während die über seine Basis wegfliegen So, jetzt kann dann drauf Ja, active ist auch da Guck mal Doch mal ruhig die beiden Gunner unten, zum Beispiel, dass er da nicht so einfach rollen kommt Auch wenn die eine teuer ist Was für ein paar Minen Der paint it dich Schieß die Kennis auf jeden Fall Bevor du, vielleicht, unmöglich drauf gehst Nice hit Wenn du das nochmal trist, dann ist er tot Junge ist neu, Gott alter Okay, der andere connectet sich dran Aber der andere, der hat ganz komische Siehst du das Setup? Du musst den da rein schießen, wo In der Zwischenebene, wo grad kein Sandsack ist, siehst du das? Hm, ja Da musst du, da musst du Treppen miterkennen Genau da, ein bisschen tiefer Dann ist er auch Und der, und der hat keine Berge dabei Also wenn du den Wind hast, hast du auch schon mal was gewonnen Genau da Ja Nice, nice, nice Es ist jedes Mal Chorschein, Junge Der hat da genau beim Chor was drüber gemacht Das darf man halt nicht machen Mhm Place mal unten Place mal unten Pour die Flags unten da Zweimal Swarm rein Boah, ich verstehe dich nicht Sag nochmal C drücken und dann machst du unten Swarms rein noch Du hast da noch zwei freie Slots, wo Swarms rein können Bei den Flags Warte kurz Ich muss mich kurz laserprotecten da Hier noch Flagschen oder was? Nein, Swarms unten in der Erde Ach Swarms Minen hast du genug Stimmt, ich wollte ja Dings bauen Oh Die kennen ihn schießen, die kennen ihn schießen Ein bisschen tiefer Ja, ist auch schön Der hatte halt keinen Wind dann Der war wichtig, Junge Der genauer muss hin Kannst du noch Kannst du noch das one placen? Ja Ja Dann kannst du schon mal zwei Plaggfone löschen Und du brauchst einen upgrade Ach nee, Akku ist schon alles gut Was kann ich löschen? Die beiden Plags aber musst du dann löschen Sonst kannst du die Plags nicht schießen Äh, die Swarms Ja Und dann musst du die Streben schon mal zu Hintergrund machen Und wenn die Dann musst du die auch upgraden gleich Da ist der alter Reparier erst Ja Mach ich Kannst du die duxer grain? Hallo Dann drauf Ist noch nicht fertig Na dann drück die Mach mal Und jetzt Und jetzt musst du gar nicht die Cannons wieder schießen Auf den einen Sonst Du musst auch auf diese Tür Du weißt ja wo Ja, Richtung ist okay Der war sehr gut Okay Zieh da mal ein richtig unangenehmes Fuck Chillt ein Egal Die Dukes sind gleich fertig Ne Nicht da hin Digga Du musst ja noch mal Cannon drüber bauen Du kannst einfach Da oben an den Vordergrund An die Ecke Da wo der Gunner oben ist Ne Aber genau Da machst du jetzt ein richtig unangenehmes Schild hin Einfach ein schräg Eines nach schräg links oben Da kannst du unten trotzdem noch abfallern Aber der kann dich Der andere kann dich dann nicht mehr mit den Lasern hinten Ich hab das überhaupt nicht verstanden Du Du machst ein unangenehmes Shit Ah nevermind der ist tot Du kannst wieder ganz normal die Cannons adden Der ist tot mit dem Mit dem Feuerleser Ja Genau da muss die Cannons hin Junge Geil Play ist ein T drücken Und dann Kannst du auch die Nukes eigentlich playten Wenn du dann gleich Energy hast Fähnt aber nur wenn du weiter schießen kannst auf jeden Fall Die Nukes sind noch nicht fertig Achso ok Aber jetzt gleich Cannon ist nachgeladen Ja Schieß genau noch mal gleich wo du abschossen hast Ja Oh der kommt durch Das ist einfach mal daraus hinten Siehst du den Die obere Cannons werde ich halt immer bereit zum nachschießen Ja Naja schön Jetzt Türen umwandeln Ja Und dann musst du Du musst den Polon Sniper löschen Also den oberen Weil dann musst du den Das Vordergrundholz wegmachen Sonst kommst du nicht ran Ach so den Nicht den da oben Ja 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 Das Vordergrundholz muss noch weg Haben die Nukes nachgeladen Na warte die Die brauchst gar nicht schießen Mach mal bitte vorne bei dir Flax rein Vorne in den Vordergrundholz überstanden Siehst du das Einfach stumm Flax rein Damit du gleich in Shotguns umwandeln kannst Weil der hat ja Der hat ja jetzt Scanner Ja Oh der wird mir gescamt Junge Oh mein Gott Nachschießen mit der Canon 2 Das Vordergrund ist weg da vorne Nein 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 Das Vordergrund Ja Da ist sie Ist egal Flax upgraden Wie viele Ressourcen hast du So mittel viel Warum Ja nochmal Einen Haui oder eine Canon Ablesen gleich Ja das packt gerade nicht Okay Nuke schießen Genau Plug schießen Weiter Ja Ja Schön Ist egal Erst die Canon Nachschießen Jetzt die beiden Und dann Und dann Und dann runter verbinden Schieß schnell Schieß schnell Ah zu spät Schön Und jetzt die andere ein bisschen höher Ja Ah Unser 1 Shotgun schießen Auch schon mal im Intervall Quasi Genau Die andere weiter unten Der paintet dich Aber du hast eigentlich genug Der sniper deine Shotguns Mal warten Okay Achtung Das fällt gleich runter Nice Kannst dich schon nachplaysen Die Flags Solange die active nur läuft Frech Nein Schießt du erst nicht Baut du erst Flags Weil sonst brauchst du gar nicht schießen Eigentlich mit den Jux Der hat so viel NTR Du kannst eigentlich auch Du kannst auch eine Büste bauen Guck dir die Scheiße da mal an Du musst ja unten abwägen Da einmal Dann fällt alles zusammen Feintet dich wieder Nimm mal Nimm mal die Biss Und dann Sig mal quasi da rein Wo seine Minen Also seine eigentlichen Minen sind Auf dieser Ebene Warte kurz Ich muss mich mal eben hier nachbauen Oder Oder Sig erst mal oben Die New Scheiße abhören Mal schnell Sonst ist ja eine Bass gleich weg Oh der hat keinen Garner Kannst du die Kannst du die Flagsfäten Die New Späten Der hat gar keine Scheiße Mein Dings Das geht drücken Und dann Dann hast du wieder ein Der kann da nicht hinbeten Wo du den Bord hast Ich glaube die Bass ist im Weg Ne geht Was Also gerade so Aber das reicht auch Shotgun, 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 Shotgun Ja Nice Sehr schöner Hit Kennen wir es noch schießen Schnell Ganz schnell Ganz schnell Zu hoch Auch zu hoch Ich wollte Ich wollte Ich wollte auf die Ist egal Ist egal Ist egal Pläst du mal hoch die Buster Die ist richtig gut Ja Ich pläst die aber lieber etwas tiefer Wenn der dich gleich paintet Ne Dann musst du mit der Buster Oben den Schwengel absägen Ich sag dir Ich sag dir Bescheid Wenn der dich paintet Beint aber die Buster so Dass du da schnell drauf bist Weil du musst auch Du musst auch nur absägen und dann Verpuffen die ja einfach Ah der war toxic Der paintet dich Ja Der hat sich selber Der hat sich Der hat sich selber abgesägt War es gut Irgendwie ist da was abgefallen Ah mein Sniper ist weg Ja Pläst du mal ruhig Äh Paint immer die beiden Jungs ruhig Hm Und dann Sniper mal oben rein Weil oben kann noch was sitzen In diesen Rüssel Ja da ist nix alles gut Oh schöne Buster Junge Der hatte ich noch lange paintet Ja so ist gut Junge Können wir uns noch schießen Oder sind die irgendwie laut Nice Ja Hoho Upgraden Wenn die obere Vostok gleich weg ist Dann machst du da Dann machst du da noch Einen Kellen Slot rein Äh Wo ne Kennen rein was Wenn die obere Vostok gleich weg ist Dann 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 baust du das ganze hinter und holst Über der einen Kennen immer ab Und baust dann Richtigen Kellen Slot hin Dass du ne Kennen da reinfließen kannst Weil Weil du musst ein bisschen Damage in Ja Shotgun Der hat äh Ganna Nice Oh mein Gott Wird der weggescampt Jetzt Nachstoß Ja Ohloi Mach frech jetzt Mach tiefer Die Kellen rein als er eigentlich muss Ach das ist der Unterner die ganze Zeit Oh Der lädt ja gar nicht mehr Hast du aber gar nicht gecheckt Das hab ich ja auch nicht gecheckt Ach ne doch Der wurde ja rausgerollt mit seinem Feuerlaser Nächste Newt weißt du wo die hin muss ne Äh warte kurz Die muss da genau sein in der Laser Wo sind denn seine Laser Wo sind denn seine Laser? Unten Die hängen da unten dran Aha Ach scheiße Snap erst raus Warte Oh aber der Mate hat da was Doch nicht Doch Alter Waffen sind weg Und dann Muss nur die Muss nur die Nugs behenden Der Rest ist egal Ach du scheiße Da geh ich dann hin Wo schieß ich denn hin Ah ja da Ist doch schön Das tut es richtig weh Jetzt machst du den Eco Schaden in sein Holz rein Das kann er gar nicht nachbläst So alles tut ihm So alles tut ihm Bist du grad die Minen am löschen Aber Was denn Du musst die Du musst die Minen noch löschen dann Nein Dann machst du den da Ach ich scheiß doch auf jetzt Nein Der kann ja gegenworn anscheinend Dann musst du halt noch mehr Damage adden Wenn der gegenworn kann Erstmal hab ich oben drauf Aber ich kann ja grad überhaupt nicht schießen Erstmal Nimm mir nochmal die Minen mit deiner Kenne Naja ich weiß nicht mal mit welcher ich drauf geschossen hab Ich glaub mit Der anderen Oh das strahlt jetzt unten Ja ja Das war zu hoch Nice Ah Geil Wir haben sowas gespielt wie ein Löwe alter Danke danke Alter Da kam ja nichts tampoco lau